Als Menschen sind wir Beziehungswesen. Beziehungen zu anderen Menschen sind etwas Grundlegendes in unserem Leben. Durch Beziehungen sind wir entstanden, durch Beziehungen sind wir geboren worden. Egal, ob es jetzt eine lange Beziehung war oder eine kurze Beziehung war, durch den Bezug von Menschen entsteht etwas Besonderes. Und die Beziehungsperspektive ist eben auch in der Psychotherapie eine ganz wesentliche Grundperspektive. Neben der Problemaktualisierungsperspektive oder der Ressourcenperspektive oder den Möglichkeiten, die man hat, um sich einem Thema, einem Konflikt zu widmen. Ich unterscheide in meiner psychotherapeutischen Praxis immer wieder Menschen, die Beziehungen haben, von den Menschen, die keine Beziehung haben. Oder ich unterscheide die Menschen, die jetzt längere, nähere, intimere Beziehungen haben, stabilere Beziehungen haben, von denjenigen, die vielleicht keine stabileren Beziehungen haben, die beispielsweise auch jetzt im Extremfall promiskuitiv sind, wie zum Beispiel bei manchen Borderline-Typen, wo ein starker Wechsel der Geschlechtspartner stattfindet. Das nennen wir Promiskuitivität, Promiskuitivität. Und das ist natürlich ganz wichtig, darauf auch sehr schnell zu achten in der Behandlung, was für ein Beziehungstyp ist ein Mensch. Oder noch was Profaneres ist, wenn man sagt, ist jemand überhaupt an der Beziehung interessiert, egal wie lang die ist oder wie stabil die ist. Hauptsache, er ist an der Beziehung überhaupt interessiert und macht dann entsprechende Beziehungserfahrungen im Laufe seines Lebens. Oder er hat eben keine Beziehung. Was mir immer wieder auffällt, dass es Menschen gibt, die scheinbar gut sozial unterwegs sind, sozial in Anführungszeichen, die aber in ihrem sozialen Unterwegssein eigentlich nur ein virtuelles Dasein führen. Also ein, vielleicht auch ein Anbahnungsdasein führen. Also zum Beispiel bei Partnerschaftsvermittlungsbörsen sind, und da ist ja zum Beispiel das Internet auch sehr groß in der heutigen Zeit, scheinbar doch viele Bekannte und viele Freunde haben oder daran interessiert sind, einen Bezug zu haben. Aber es in Wirklichkeit nicht unbedingt schaffen, tatsächliche, reelle Beziehungen aufzubauen. Und das ist natürlich sehr wichtig und das ist interessant, warum gelingt es diesen Menschen nicht, Beziehungen aufzubauen oder auch Beziehungen zu halten? Und warum gelingt es den anderen Menschen, Beziehungen zu halten und tatsächlich auch immer wieder zu gestalten? Also das ist ein wichtiger Hinweis. Grundsätzlich sind es Menschen, die Beziehungen eben haben und auch reell gestalten, auch wenn sie vielleicht chaotisch sind oder problematisch sind oder sind es Menschen, denen es gar nicht gelingt, eine Beziehung aufzubauen. Das finde ich also in der Praxis, in der Psychotherapiepraxis, grundsätzlich wichtig und stellt neben dem psychotherapeutischen Bezug eine ganz wichtige Ressourcenperspektive dar, um mit einem Menschen umzugehen, damit er entsprechende Lebenserfahrung sammelt oder sich entsprechend mit seinen eigenen Konflikten und Problemen auseinandersetzt. Weil die eigene Konfliktfähigkeit hängt eben unter anderem auch von der Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen ab. Also das Augenmerk auf die Beziehung zu legen, die wir als Menschen haben, ist etwas ganz Wichtiges. Ist ein Mensch isoliert, ist er sozial isoliert oder ist er in Bezug zu anderen Menschen und damit in der Kommunikation und in der Kooperation und damit letztendlich auch in einem Bezug zu sich selbst. Das heißt also, dadurch, dass wir überhaupt Beziehungen gestalten zu anderen Menschen, sind wir auch in der Lage, Beziehungen zu uns selbst aufzunehmen und uns selber zu reflektieren, uns selber besser zu kennen, uns besser zu identifizieren, projizieren und so weiter. All diese wichtigen Dinge, die wir brauchen, um ein Leben einigermaßen befriedigend gestalten zu können. Und dann, um ein Leben einigermaßen befriedigend gestalten zu können.